Nachdenkseiten Die kritische Website Wo kommt der Hass auf die Russen her? Ein Artikel von Albrecht Müller Diese Frage stellte eine Diskussionsteilnehmerin beim Pleißweiler Gespräch vom 8. Juli. Ich habe dort versprochen, gelegentlich Dokumente zur Beantwortung dieser Frage zusammenzustellen. Der Hass auf die Russen ist nicht neu. Es gab ihn vor und im Ersten Weltkrieg. Damals und bis Anfang der 50er Jahre des letzten Jahrhunderts teilten sich allerdings die Franzosen noch die Rolle der Zielscheibe feindlicher Gefühle mit den Russen. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges wurden in Zeiten der sogenannten Wiederbewaffnung, wie das in Westdeutschland hieß, der Russenhass kräftig geschürt. Im Schrifttext sind zwei Wahlplakate verlinkt. Auf dem ersten ist zu lesen Verzicht ist Verrat, sagte selbst Brandt 1963. Wehrt euch gegen die rote Gefahr, NPD. Auf dem zweiten ist zu lesen Die Wege des Marxismus führen nach Moskau. Darum CDU. Das Plakat der CDU stammt von 1953, von der NPD von 1972. Sie sind berätete Zeichen dieser Dauerpropaganda. Heute werde ich anhand von Tagesschau-Meldungen zeigen, wie allein in diesem Medium der Hass auf die Russen aktuell befeuert wird. Dies geschieht manchmal massiv, manchmal beiläufig. In anderen Medien begegnen wir unentwegt ähnlichen Meldungen, Abbildungen und Kommentaren, die die Verachtung und Abneigung gegen Russland schüren. Hier in der Region und in anderen Teilen unseres Landes wird der Aufbau von Feindseligkeiten gegenüber Russland übrigens noch zusätzlich mit täglichen Luftkampfübungen über unseren Köpfen untermalt. Und unterschwellig begründet. Die Nachdenkseiten werden gelegentlich auf dieses Thema zurückkommen und mit Meldungen und Abbildungen aus anderen Medien als der Tagesschau den unterschwelligen Feindbildaufbau belegen. Wir verbinden damit die herzliche Bitte und Anregung an Sie, Menschen in ihrem Umfeld auf diese Dauerpropaganda aufmerksam zu machen. Wie wird der Hass auf Russland und die Russen befeuert? Beispiele aus Tagesschau-Texten und Sendungen vom 11. bis zum 13. Juli 2023. Meldung vom 13. Juli 2023, 13.28. Krieg gegen die Ukraine. Erneut Verletzte bei russischen Angriffen. In der Ukraine sind erneut mehrere Städte von russischen Drohnen und Raketen angegriffen worden. Zeitweise gab es landesweit Luftalarm, mehrere Menschen wurden verletzt, Wohnhäuser fingen Feuer. Live-Blog vom 13. Juli, 15.32. Krieg gegen die Ukraine. London. Russland setzt Fahrzeuge als Bomben ein. Laut dem britischen Geheimdienst setzt Russland in der Ukraine alte Militärfahrzeuge als Bomben ein. Die Bundeswehr bestellt Munition für den Leopard 2, auch für die Ukraine. Die Entwicklungen im Live-Blog. Interview vom 13. Juli, 10.47. Nach dem NATO-Gipfel. Ein starkes Signal an Russland. Schweden wird NATO-Mitglied, die Ukraine soll es werden. Nach Ansicht der Sicherheitsexpertin Fix ist das eine klare Botschaft an Russland, dass es sich nicht lohnt, den Krieg in die Länge zu ziehen. Und doch bleiben auch nach Vilnius Widersprüche. Live-Blog vom 13.07.13.11. In der südostukrainischen Großstadt Saporischia sind mutmaßlich durch Raketenbeschuss mehr als 20 Menschen verletzt worden. 13 Verletzte mussten ins Krankenhaus gebracht werden, wie der Militärgouverneur Yuri Malaschko bei Telegram mitteilte. Unter den Opfern seien acht Minderjährige. Meldung vom 11. Juli, 12.10. Krieg gegen die Ukraine. Deutschland plant millionenschweres Rüstungspaket. Deutschland will der Ukraine weitere Waffen und Munition im Wert von 700 Millionen Euro liefern. Das neue Rüstungspaket soll laut Verteidigungsministerium unter anderem Panzer und Tausendschuss Munition umfassen. Im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg soll die Ukraine weitere Militärausrüstung aus Deutschland erhalten. Im Wert von knapp 700 Millionen Euro. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius an. Im Schrifttext ist an dieser Stelle ein Video der Tagesschau vom 12. Juli 2023 verlinkt. Sehen Sie sich bis Minute 4.20 Gudrun Engel von ARD Washington zurzeit in Vilnius mit einer Bilanz vom NATO-Gipfel an. Eine Schlussbemerkung. Auch wenn die einzelnen Meldungen, Bilder und Kommentare als selbstverständliche Berichterstattung gewertet werden können, sie werden ihre Wirkung haben. Das Feindbild Russland wird festgezurrt. Die notwendige Politik der Entspannung und Verständigung wird es, wie in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, schwer haben. Sie trifft auf Mauern von harten Emotionen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.